Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 6. Oktober 2022. Ihr hört die Geek Talk Daily 1258. Und ja, meine Stimme ist noch gar nicht wirklich da, aber ich wollte euch nicht so lange alleine lassen. Deshalb aber nur drei Themen heute und die sind dann Instagram, Simple Phone und Elon Musk. Drei überaus positiv tolle, schöne Themen. Denn Instagram, genauer gesagt Mark Zuckerberg, mach mal wieder was für die kleinen, für die mittelständischen Unternehmen. Sie möchten sie unterstützen, sie möchten sie fordern. Oder fördern, besser gesagt. Fordern auch, weil Geld müssen sie natürlich bezahlen, damit sie auch gefördert werden können. Und das landet dann alles bei euch. Ihr bekommt jetzt nämlich dann auch im Profil-Feed Werbung angezeigt und im Explore-Feed. Explore-Feed ist da das Ding, wenn ihr die Suche anschmeisst, wo ich eh in ihr reinschaue, ausser oben in den Such-Dings-Bummens, da wo man den Begriff eingibt. Aber ich freue mich schon, wenn ich dann in den Suchergebnissen noch Werbung habe. Und noch mehr, wenn ich mir irgendwann mal ein Profilbild wieder anschaue von irgendeiner Person und dann da ganz viel Werbung dazwischen sehe. Ich freue mich sowas dafür. Dann die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die können jetzt davon profitieren. Und das ist ja schön so. Warum macht das Instagram so? Ja, im letzten Jahr, letzten Quartal, dem 2. 2022, sind die Werbeeinnahmen zurückgegangen. Deshalb muss man mir Möglichkeiten bieten. Zuckerberg. Ja, kann man machen. Simple Phone, eine weitere tolle Neuigkeit. Das Open-Source-Smartphone kann jetzt endlich gekauft werden. Es wurde schon länger angekündigt, ein Open-Source-Smartphone mit Open-Source-Software drauf, einem selbstgemachten Android, auf Android 11 basierend mit aktuellsten Sicherheit-Updates und dem App-Store F-Droid, dem alternativen App-Store, um eben dann doch auch andere Apps runterzuladen können, die man nicht bekommen würde ohne Google. Google, meine Meinung nach, ja, das Teil kostet zwar um die 400 Währungseinheiten, nicht viel, was das anbelangt. Dafür bekommt ihr auch sehr, sehr, sehr einfache Hardware, um nicht alte oder betagte Hardware zu sagen. Auch die Kamera ist nicht wirklich der Hit. Das ist dann wirklich nur so, wenn ihr irgendwie ein Smartphone möchtet, das kein Google drauf hat, aber doch nicht ein iPhone ist, weil ihr irgendwas gegen Apple habt. Ja, kann man machen. Ich glaube eher nicht. Also wenn ich dann schon kein Google nehmen würde, dann würde ich wahrscheinlich eher zu einem Huawei greifen, weil da kriegst du wenigstens tolle Hardware, aktuelle Hardware, schnelle Hardware und mit dem Mate 50, was sie gerade erst vorgestellt haben, zum Beispiel sehr, sehr tolle Hardware, auch mit dem Nova 10, was ich aktuell gerade hier in meinen Fingern habe zum Rumspielen. Ja, da habt ihr auch keine Google-Dienste, aber das muss jeder selber wissen. Zu guter Letzt, es könnte doch noch was werden. Elon Musk hat jetzt bestätigt, dass er doch zum vereinbarten Kaufpreis Twitter kaufen möchte. Das heisst 54,20 pro US-Dollar pro Aktie sollen es dann doch werden. Der Vergleich, der am 17. Oktober hätte starten sollen, soll somit nicht angetreten werden. Ich bin jetzt sehr gespannt. Worauf ich aber noch viel mehr gespannt bin, ist auf die Menschen, die alle ja bei Twitter gegangen sind, als es heisst, dass Elon das Ganze kaufen wird, dann später auch wieder zurückgekommen sind, wo es heisst, es nicht so ist. Und die jetzt sicherlich auch wieder gehen, oder auch nicht, wie auch immer. Lass den Herrn doch mal tun. Gut, das habe ich damals bei der Wahl von Trump auch gesagt, als ich mich noch zu wenig mit ihm beschäftigt hatte. Aber mit Herrn Elon Musk habe ich mich schon mehr beschäftigt und ich würde sagen, wirklich, der soll es doch probieren. Mehr als Twitter ganz kaputt machen kann er nicht, auch wenn es mein absolutes Lieblings-Social-Media ist. Ich muss aufhören, meine Stimme. Aber ja, euch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wir werden sehen, ob Elon Musk Twitter kauft. Leider hat die Aktien oder den Handel mit der Aktie ausgesetzt, nachdem es ziemlich steil, in Anführungs-Schlusszeichen, doch 11% nach oben ging. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das weitergeht in dem Bereich. In diesem Sinne, euch einen schönen und erfolgreichen Tag nochmals. Bis dann, euer Pokipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.